Die Frau eines anderen zu begehren, ist eine Sünde. Erst bei der Polizei kann gut sein, dass ihr jemand hierher gefolgt ist. Haben Sie gedacht, Sie können einfach so die Frau von einem anderen ficken, noch dazu von einem Türken? Ja, aber der dreht ja völlig durch. Er bringt dich um. Und mich auch. Was machst du? Ich habe sie mir angesehen auf deinen Fotos, wie sie sich geil auf unserer Couch regelt. Ich habe keine Angst vor deinem Mann. Aber es geht nicht. Siehst du das nicht? Der will uns vernichten. Verstehst du? Mich, dich und... Man kann vor den Dingen nicht fliehen, Herr Brand. Man muss sich jemanden stellen.